Das Universum sollte einfach sein. Aber das ist es nicht. Es waren die letzten Tage des Römischen Reiches. Die Zivilisation stand kurz vor dem Niedergang. Doch eine Frau, weise, ihrer Zeit weit voraus, war fest entschlossen, die Menschheit wieder zu vereinen. Was auch immer auf den Straßen geschieht, wir halten zusammen. Wo sind die Truppen? Kein Heer bändigt diesen Pöbel. Sie schrecken auch vor Frauen und Kindern nicht zurück. Gott schenkt mir die Kraft und ich werde diese Stadt vom Unglauben reinigen. Ich habe so lange geforscht. Jetzt endlich konnte ich das Rätsel entwirren. Hört diese Versammlung etwa auf den Rat einer Frau? Hört auf! Wenn ihr trotzdem nichts unternehmt, wird immer und immer wieder dasselbe geschehen. Bis in dieser Stadt kein Mensch mehr lebt. Niemand mehr, den diese Regierung regieren kann. Euer Gott hat noch nicht bewiesen, dass er barmherziger ist als seine Vorgänger. Ich kann euch nicht mehr länger schützen. Ich wollte immer, dass du frei bist. Ich bin frei. Ihr stellt nicht in Frage, was ihr glaubt. Aber ich muss das tun. Ich krieg sie mich, nicht in der Welt. Entschuldigung. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich habe piace, was ich machen.